Am Freitag ist eine neue Warhammer Preview und ignoriert hier bitte diesen roten Punkt, ich habe keine Ahnung wo das herkommt, ich habe aber mal das Licht passend gemacht. Das bedeutet, wir kriegen neue Infos zu Sachen von 40k, Age of Sigmar, Horrors Heresy, Old World und Black Library. Gerade für die Tabletop-Spieler sehr interessant, aber vielleicht bekommen wir auch neue Sachen zu Film und Serien. Ich glaube jetzt nicht zu der Amazon-Geschichte, sondern eher zu Warhammer-TV-Produktion, aber da gab es ja auch das ein oder andere, was dann doch sehr interessant ist. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, über die ich mit euch sprechen will und ja, was ich glaube, was erzählt wird und vor allem was ich hoffe, was erzählt wird. Hier sehen wir nochmal den Artikel mit World Championships Preview, äh ja, am Freitagabend. Ich muss sagen, die letzten Previews haben mir nicht ganz so gut gefallen, das eine war sehr Kill-Team-lastig und bei diesem, war das Nova Open, ich weiß es gerade gar nicht, da wurde ungefähr gar nichts gezeigt. Deswegen hoffe ich, dass diesen Freitag sehr viel cooler Kram vorgestellt wird. Ja, zuerst gab es hier eine neue Rumor-Engine und da wurde jetzt schon so ein bisschen geguckt, okay, es könnte in Richtung Alpha-Legion gehen. Da wird man sich hier den Speer von Alpharius zum Beispiel anguckt, hier mit diesen vier abstehenden Dingern und dem, ja, sehr ähnlichen Design, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Mal gucken, vielleicht irgendwas für Horus Heresy, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir Alpha-Legion irgendwie fürs 40k-Tabletop bekommen. Vor allem, da ja auch erst die Chaos Space Marines neuen Stuff bekommen haben und ja auch erst mal was viel, viel, viel Wichtigeres im Raum steht. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir da definitiv noch neue Sachen zu sehen bekommen und zwar für die Emperor's Children. Die wurden jetzt schon so ein bisschen länger geteased, das Ding hier kam jetzt glaube ich Anfang letzter Woche oder sowas raus, wo wir ein paar Schulterplatten sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da noch den ein oder anderen weiteren Einblick für die Emperor's Children bekommen, die tatsächlich beliebter sind als ich dachte. Mir ist das ja relativ egal, ich finde es nicht besonders gut, weil ich mir denke, okay, ich habe bei anderen Fraktionen größere Baustellen, anstatt jetzt noch eine einzuführen. Aber Emperor's Children innerhalb der Community sehr beliebt, deswegen do your thing so. Ich glaube nicht, dass wir großartig fertige Modelle und so ein Kram sehen, sondern ja, noch mehr Teaser. Denn es stehen noch ein paar andere Sachen auf dem Plan, wo wir gleich noch drauf eingehen, wenn ich die Roadmap zeige. Die da wahrscheinlich aktuell eher noch Priorität haben und wo sich noch mehr Leute drüber freuen können. Aber naja, es steht momentan alles ein Zeichen des Chaos. Sei es bei 4DK, aber auch hier bei Age of Sigma zum Beispiel kommen sehr, sehr viele Chaos-Sachen wieder neu raus. Deswegen sollte man tatsächlich niemals nie sagen. Vielleicht gibt es dann einfach demnächst einen Haufen Chaos-Kram. Wer weiß, wer weiß. Schreib deine Prediction mal gerne in die Kommentare. So, dann gehe ich aber auf jeden Fall sehr davon aus, dass wir neue Sachen zu den ganzen Warhammer-TV-Shows und sowas bekommen. Da stehen ja ein paar Sachen im Raum, ja. Neues Staffel Black Talon, Hammer und Bolter kommt was Neues. Und natürlich hier auch diese Show Kill Luper Karl. Da hat man nicht so viel gesehen, außer dass es halt mit Titanen zu tun hat. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht nochmal einen neuen Trailer, Clip oder whatever bekommen. Und vielleicht noch mehr angekündigt wurde. Ich habe bereits in der Vergangenheit in dem Video gesagt, dass Games Workshop anscheinend richtig, richtig darauf Wert legt, jetzt auch viel auch in anderen Entertainment-Branchen zu agieren. Gerade was so Shows angeht, um das Ganze besser zu visualisieren, da holt man ja auch nochmal den ein oder anderen Neukunden ab, sage ich jetzt mal. Ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn es vielleicht mal deutsche Synchro geben würde. Auch ein anderes Video von mir habe ich darüber geredet. Der deutsche Markt ist tatsächlich doch relativ relevant mittlerweile für Games Workshop. Die Community-Seite gibt es jetzt ja auch schon auf Deutsch. Deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass die deutsche Community immer größer wird. Deswegen, ich erhöhe jetzt die Shorts auf 20 am Tag. Ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Außer ihr wollt das, dann lasst den Video Daumen nach oben da. Naja, Spaß beiseite, aber ich gehe davon aus, dass wir auch zu den Warhammer-TV-Shows, die jetzt ja immer relativ, ja, gut beworben werden, noch mehr Kram bekommen. Vielleicht kündigen sie noch mehr an, vielleicht gibt es was zu Secret Level, zu der Amazon-Geschichte. Glaube ich nicht, das würde mich wundern. Ähm, aber ja, mal gucken, ich würde mich freuen. Ihr wisst, ich mag die Projekte immer ganz gerne und bin froh über jede offizielle Visualisierung, die wir bekommen. Und die wahrscheinlichsten Sachen haben wir hier wahrscheinlich schon auf der Roadmap gesehen. Denn es stehen ja noch ein paar Kodizes an, die in den nächsten Wochen bis Monaten kommen müssten, für die 10. Edition. Und ja, hier, ne, Special Chaos haben wir jetzt bereits abgearbeitet. Big Names, vielleicht, vielleicht kommt hier Emperor's Children und wir kriegen voll Grimmo Day. Ähm, ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass es in der Show hauptsächlich um Astra Militarum, Eldari und Imperial Knights gehen wird. Oder wenigstens eins davon. Es stehen ein paar Sachen im Raum, auch mit Gerüchten und so weiter. Neue Kriegmodelle zum Beispiel, was ich persönlich sehr cool finden würde. Aber ja, von den Sachen, die 2025 kommen, stand jetzt auf dieser Liste, gehe ich mal davon aus, dass wir ein paar Sachen davon in dieser Show jetzt sehen werden. Momentan lag der Fokus ja auch sehr auf Warhammer Underworlds. 4DK war ein bisschen stiller, jetzt außer dieses Emperor's Children Ding. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt mal wieder ein paar Einblicke, wahrscheinlich, oder ich hoffe, dann auch für Figuren sehen werden. Wäre cool, wenn sie mit Astra Militarum starten und wir Kriegfiguren bekommen. Wäre auch irgendwie cool, jetzt gerade auch wegen Belagerung von Rags, was jetzt auch die Tage endlich bei mir eintrifft. Und Weitschuss kam jetzt heraus, das bedeutet auch viel, ja, Black Library Stuff in Richtung Astra Militarum. Und da wäre es natürlich passend, da jetzt auch neue Modelle zu zeigen und einen neuen Kodex, um Hand in Hand zu verkaufen. Bücher und Modelle, GW liebt Geld. Aber naja, mal schauen, was uns Freitag erwartet. Ich hoffe nicht, dass ich wieder so enttäuscht werde wie letztes Mal. Das war nämlich wirklich, ging so, sage ich jetzt mal. Okay, das neue Kill Team ist cool, damit kann ich noch ein bisschen was anfangen. Aber die anderen Sachen, die jetzt bis jetzt so in den letzten Monaten präsentiert wurden, ja, sind wir ehrlich, Hand aufs Herz. So richtige Banger waren da jetzt nicht dabei. Naja, was glaubst du, was uns erwartet? Schreib gerne einen Kommentar und deine Meinung, wie immer, in die Kommentare. Ansonsten abonnier den Kanal für mehr Warhammer 40k Stuff. Ich wünsche euch noch eine entspannte Woche. Der Imperator beschützt und bis zum nächsten Mal.